Alle zwei Sekunden wird ein Mensch auf der Welt zur Flucht gezwungen. Das einzig Entscheidende ist, über die Grenze zu kommen. Wenn die Geschichten stimmen, steht uns das Schlimmste noch bevor. Hast du den letzten Absatz gegeben? Was? Lied doch mal. Glaubst du, Mama hat es ernst? Glaubst du, dass wir uns bald auf den Weg machen können? Es ist Zeit, dass du nachkommst. Wende dich an Don Climente. Er wird dir helfen. Nicht die Brandnaben anstehen. Schau ihm einfach in die Augen. Schau ihm in die Augen und falter Blick kommt. Ich habe von deinem Vater Domingo gehört. Er hat Geld geschickt. Er hat mich gebeten, alles für dich zu arrangieren. Wir treffen uns wieder in zehn Jahren. Genau hier. Genau hier? Genau hier in St. Raffin. Da hast du doch noch niemals begriffen, dass Rohr nicht durch dich reingelegt hat. Das ist nicht genug Geld für Don Climente's Plan. Was hast du denn geglaubt, wie das hier ausgehen würde? Wir müssen einfach weitergehen. Einfach immer weitergehen, Elena. Stimmt's, Ravi? Bitte sag Elena, dass das der richtige Weg ist. Das ist die Richtung, die Moises uns beschrieben hat, oder? Ich hoffe, wir gehen mit unserem Land, Luft und See. Sie laufen Tausende von Kampferen. Das ist die Richtung. Vielen Dank.